Wenn man im Moment gerade die Mannschaft im Training erlebt, dann kann man eigentlich förmlich zuschauen und fühlen, wie sie von Tag zu Tag stärker wird. Und das hat natürlich was mit dem Trainingsniveau zu tun. Dadurch werden auch alle anderen Spieler wieder besser. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Aber natürlich so eine Auswärtsserie, wie wir sie jetzt haben, vor allem wenn man bedenkt, dass wir in der Hinrunde eigentlich eher noch auswärts geschwächelt haben, ist schon außergewöhnlich. Ich kann mich jetzt als Trainer auch nicht erinnern, so viele Auswärtsspiele am Stück gewonnen zu haben. Es ist einfach schade, dass solche Banner überhaupt reinkamen in den Stadion und ich gehe schon mal davon aus, dass es auch in Gladbach vorm Spiel Kontrollen gibt und offensichtlich waren die heute nicht besonders erfolgreich. Ich glaube, dass die sowas schreiben, da muss man wirklich fragen, ob sie ein IQ von 0 haben, von minus 0. Ich glaube, wenn es ins Persönliche geht, habe ich 0, 0, da fällt mir eigentlich gar nichts zu ein und kann man sich nur beim Ralf entschuldigen, wenn sowas hier im Stadion gezeigt wird. Das ist für mich unsäglich. Vielen Dank.